Unser Traumina Premium Selection Kissen, ein Faserkissen, komplett waschbar, ziemlich kühl, hat wie aus der Premium Selection Serie einen ganz glatten Baumwäuser-Turn drauf, eine Trankofaser unten drunter versteppt. Das Witzige ist, drei Platten drin, die alle auch komplett waschbar sind, also das ganze Kissen kann man komplett waschen. Man kann es anpassen, wir nehmen das auch viel für Kinder, da fängt man mit einer Platte an, weil die noch nicht so ein hohes Kissen brauchen und das Kissen weckt sukzessive mit. Man kann sich auch so eine leichte HWS-Welle dort reinfalten, die trotzdem nicht so prominent ist wie bei den normalen Nackenstützkissen, aber ihr könnt schon vorne ein bisschen mehr machen, hinten ein bisschen weniger, denn hat man schon eine Halswirbelsäulenstützwirkung, die aber viel softer ausfällt als bei den herkömmlichen Kissen. Supergut für Kinder, für Allergiker, für Vielschwitzer, ziemlich kühl das Ding, geht komplett in die Maschine und super variabel durch die Anpassbarkeit der Platten. Für uns ist es immer gut, wenn die Leute sagen, so ein klassisches HWS ist mir irgendwie zu prominent. Diese Welle lässt sich viel weicher steuern, man kann es fluffeln in den Arm nehmen und ist dadurch super variabel. Eins unserer Lieblingskissen liegt unter 90 Euro.